Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ETS2, dem Eurotrack Simulator. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. So, wir sind nach wie vor unterwegs in der schönen Stadt Heilbronn und werden heute wie versprochen nach Biberach fahren. Eigentlich hatte ich vorhin eine andere Route zu nehmen, aber irgendwie musste ich dann neu starten und so weiter. Das heißt, wir starten heute hier in Böckingen und fahren hoch nach Biberach. Das heißt, wir fahren hier ein Stück, wir sind ja letztes Mal hier rumgefahren. Das heißt, wir fahren hier durch das Industriegebiet vorbei und so weiter, dann nach Biberach hoch. Ansonsten, ich glaube, das passt nicht ganz hier die Fracht. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber auf jeden Fall ist es irgendwie hier eine reine Baustelle. Vorne haben wir ein bisschen Wasser mit am Start. Hier haben wir so, ich weiß nicht, so einen Mastbetrieb oder sowas eigentlich. Soll zumindest irgendwann mal hier hinkommen, aber wir transportieren nämlich heute Äpfel. Hä? Passt doch überhaupt nicht. Aha, da ist Fleisch drin. Okay, passt irgendwie nicht, aber egal. So, ich würde sagen, wir starten mal unseren LKW. Gucken mal, wie wir hier am besten rauskommen. Ich denke mal, ich fahre hier oben rum. Wir müssen mal gucken, mal das Schwerdifferenzial. Ach, habe ich schon an. Okay, gut. Gut, das heißt, wir fahren jetzt mal los hier und werden die Fahrt weiter vollziehen. Am heutigen... Ja, heute müsste eigentlich Donnerstag sein, ne? Schon wieder fast Wochenende. Fahren wir jetzt hier... Upsa, wir müssen mal gucken. So ein bisschen hier durch die schönen Landschaften von Heilbronn. So eine Baustelle oder sowas ist da hier. So, das heißt, wir fahren jetzt hier einmal ein bisschen großzügiger. Oh, XXL-Haus wahrscheinlich hier. Lutz XXL. Ne, da sieht man hier die großen Stühle da oben. So, wir müssen jetzt hier rechts raus. Ja, auch die Töne passen nicht zu der Farm. Ist vielleicht ein kleiner Fehler. Oder hier soll vielleicht irgendwann mal eine Farm hinkommen. So, ich würde sagen, wir machen mal das Schwerdifferenzial aus und fahren jetzt hier weiter in Richtung Biberach. So. Ja, Re-Pam passt nicht ganz. Deswegen lasst euch da nicht in die Irre führen. Und da haben wir hier auf der rechten Seite dieses schöne Hafengebiet mit einer schönen großen Brücke. und fahren jetzt hier... Können wir eigentlich mal ein Screen einfangen, ne? So, mal gucken, ob wir da ein schicken Screen einfangen können, wenn wir schon mal dabei sind, so ein cooles Setting hier zu haben mit so einer schönen Brücke oder was. Dass wir das vielleicht auch einfach mal mit einblenden hier. So, dann machen wir die Tiefenunschärfe raus. Ne, das ist rein, das ist raus. So, ansonsten fix ein Foto. Nochmal vielleicht ein bisschen ran gesoomt. Und dann geht's jetzt auch weiter. Ohne große... Ohne große Pausen. Ja, von der Strecke her sind es insgesamt... Ähm, ich guck mal gerade... Ja, sieben Kilometer ist jetzt nicht so weit. Aber... Ich hab euch ja versprochen, ne? Was ich, äh, verspreche, das halte ich auch, ne? Das heißt, wir liefern das ab. Äpfel nach Postbiet nach Biberach. Ich wollte eigentlich von Biberach losfahren. Hat nicht ganz geklappt. Ähm, hab mir ein bisschen rumgetrödelt. Da dachte ich mir, okay, trinkst kurz was, gehst mal kurz wohin. Und da hab ich das Spiel einfach laufen lassen. Und irgendwie sind hier die Aufträge so alle drei Minuten immer am wechseln. Ne, da müsst ihr auch mal aufpassen. Das heißt, nehmt den Auftrag lieber an. Ich hätt's lieber machen sollen. Ich hab nämlich schon einen gehabt. Ähm, dann wär's das wahrscheinlich besser gewesen. So, jetzt fahren wir hier auf die Bahn drauf. So. Und fahren Richtung Biberach. Ne, das heißt, da müsst ihr echt fix sein mit den Aufträgen. Ansonsten sind die Ratsfahrts weg. Ich komm wieder, Getränke holt. Ne. Und, ja. Dachte ich mir so, ah ja. Muss los. Cool. Ich denke mal auch, die Folge am Dienstag kam sehr gut an. Ähm, ich weiß es nicht. Nämlich kann ich nicht in die Kristallkugel schauen. Ich hoffe es einfach mal, dass ihr auch wieder fleißig geschrieben habt. Und ihr euch auch darüber gefreut habt. Denn ich nehm mal, ja. Die beiden ETS-Folgen am Stück auf. Macht auch Sinn. Ne. Weil man spielt ja ein Spiel nicht einfach nur wegen einer Strecke. Oder wie auch immer. Das macht ja auch ein Let's Play aus. Man fährt ja in der Regel von A nach B. Wobei, ähm. Ich sag mal so. Das Ganze hier auch schon. Ja. Dass man schon viel, viel mehr macht als früher. Ne. So dieses Standard-Let's Play. Was man ja macht. So Start-Stop-Aufnahme. Ne. Das ist ja eigentlich, ja das was man auch Let's Play nennt. Und, ähm. Ja. Es geht immer mehr in Richtung, ähm. Ja. Auch gerade bei anderen Spielen. Wie beispielsweise. Jetzt fahren wir hier direkt durch Heilbronn durch. Zum Industriegebiet. Ähm. Immer mehr Roleplay-Charakter. Und es muss immer besser und immer schöner. Und dieses klassische Let's Play. Was man eigentlich so kennt. Ähm. Ist immer noch beliebt. Ja. Das ist ganz gut. Aber irgendwie nicht mehr so. Ne. Man verlangt ja immer mehr. Und die Leute schneiden dann hier zusammen. Und da zusammen. Und da eine Timelapse. Und so weiter. Ähm. Da würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Wie ihr das seht. Ähm. Ob ihr eher so der klassische Verfechter. Oh guck mal Volvo. Ähm. Das, ähm. Ja. Das Let's Play seid. Oder ob ihr sagt. Oh ja. Hier so mit Sticky Schnack. Mit Musik. Und hier mit Timelapse. Und ach dies und das. Das sind ja gerade in der LS so, äh. Komm, äh. So sagen wir mal. Sehr wunderbare Züge an. True Farming natürlich. Was auf jeden Fall auch sehr beliebt ist. Dann Farmer Town, ne. Vom Ansgar halt. Ähm. Auch ein sehr sehr cooles Projekt. Ähm. Sind echt coole Sachen. Coole Ideen. Ist ein bisschen was anderes. Ähm. Und ähm. Guck mal. Jetzt fahren wir hier an dem großen Kraftwerk hier vorbei. Ich glaub da sind wir sogar schon mal vorbei gefahren. Und hier vorne links ist auch unsere Garage im Industriegebiet. Ich glaub da vorne. Einmal so quer durch. So. Das haben wir noch geschafft. Dann fahren wir hier einmal rum. Ja. Ist auf jeden Fall mal eine andere Idee. Okay. Es macht auch Spaß. Aber der Aufwand ist halt auch sehr groß. Ne. Wenn ich mir nicht alleine mal überlege. Ähm. Am Anfang. Wo ich ja LS angefangen habe. Für mich. Ich hab LS 17 gespielt. Okay. Hab ich noch kein Let's Play gemacht. Und so weiter. So. LS 19. Und auch jetzt die ETS. Ähm. Damit hab ich. Also. Mit ETS hab ich ja damals angefangen. Mit Omsi zusammen. Und hier geht's dann rein zum Industriegebiet. Da ist mein Zuhause. Und äh. Ja. Auf jeden Fall. Ähm. War's am Anfang auch Start Stopp. Und man will dann natürlich auch den Leuten immer mehr bieten. Ähm. Braucht dann schon mal ein bisschen was vor. Oder nimmt dann was raus. Oder macht dann Sachen offline. Ja. Weiß ich nicht. Also. Ich find immer dieses klassische Let's Play eigentlich noch am coolsten. Wobei bei LS es wirklich interessant wird. Ähm. Ähm. Denn. Im Mai. Hoffe ich. Dass da die. Hof Bergmann rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Da freu ich mich riesig drauf. Und ähm. Da wird's auch was Neues geben. Nein. Ich werd kein Roleplay machen. Falls die Fragen da wieder kommen. Ähm. Sondern ich werde. Wahrscheinlich etwas anderes probieren. Müssen wir mal gucken. Hat aber auch mit LS zu tun. Guck mal. Und. Ja. Lasst euch einfach überraschen. Ne. ETS. Mal gucken. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ja. Achso. Wollte schon sagen. Ähm. Vielleicht habt ihr mir auch schon eine tolle Karte geschickt. Die wir dann wieder weiter let's playen können. Auf jeden Fall. Schauen wir da einfach mal rein. Ähm. Nach wie vor jetzt am Samstag. Sofern ich nicht wieder eine Migränewelle. Quasi äh. Habe. Werde ich auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall. Guck mal jetzt ein schicker Mercedes Benz Händler. Ähm. Werde ich auf jeden Fall wieder live streamen. Am Wochenende. Am Samstag und Sonntag. Ich hatte erst überlegt noch am Freitag zu streamen. Aber das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Woche machen. Weil ich habe nämlich endlich wieder Frühschicht. Oh. Und nur drei Tage. Eine kurze Woche Leute. Das wird richtig gut nächste Woche. Ähm. Dann werde ich dann auch mal unter der Woche streamen. Und Frühschicht hat er. Das heißt vielleicht mal unter der Woche auch mal einen streamen. Ne. Ich bin mal überlegen was ich mache. Oder was ich streame. Ich denke mal eine Runde Hausflipper. Das Garten. Äh. Also den Gartenflipper werde ich mal bringen. Dann müssen wir unser Büro mal auf Vordermann bringen. Ähm. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. So. Genug Geschwätzt von anderen Projekten. Kümmern wir uns mal hier um diese schöne Karte hier. So. Das war echt schöne Landschaften. Ne. Wie gesagt. Der Trailer passt nicht ganz. Ich glaube da habe ich auch etwas Falsches ausgewählt. Jetzt sind wir gleich schon in Biberach. Oder was? Ist das schon Biberach? Das sieht so aus. Hör mal. Das ist ja gar nicht so weit. Jetzt kommen wir aber von der anderen Seite ran. Äh. Wir können auch gleich nochmal so ein Stückchen durch Biberach durchfahren. Ähm. Weil von der Zeit her ist das auf jeden Fall möglich. Dann werden wir uns nochmal vielleicht schon mal einen Auftrag für das nächste Mal raussuchen. Da werde ich dann hier den LKW parken. Und werden dann mal weitere. Sagen wir mal. Ja. Stadtteile. Oder Ortschaften. Oder Vororte. Je nachdem. Wie ihr es nennen möchtet. Ähm. Dann natürlich auch noch erkunden. Guck mal. Da oben ist die Baustelle wieder. Jetzt haben wir hier so ein paar kleine Legs. Ja. Also die Karte ist sehr performant. Da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen was ihr einstellt. Wenn euer Rechner nicht so gut ist. Dann könnte es dazu bei dieser Karte zu einer Herausforderung kommen. So. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich weiß jetzt nicht ob das vom Navi her richtig ist. Aber das sieht auf jeden Fall nach dem Industriegebiet aus. Was wir in der letzten Folge gesehen haben. Bedeutet wir fahren jetzt von der anderen Seite dran. Und werden uns dann schon mal einen Auftrag raussuchen. Fürs nächste Mal. Da brauche ich nämlich nicht so lange suchen. Und kann dann direkt hier losfahren. So. Da sind wir jetzt gleich in Biberach. Da müssen wir mal gucken wo wir abbiegen können. So. Auf jeden Fall müssen wir glaube ich hier links ins Industriegebiet rein. So. Biberach. Da müssen wir jetzt rein. Da gibt es noch wieder einiges zu entdecken. So. Das ging ja echt fix jetzt hier. So. Prospit. Hier müssen wir rein. Da müssen wir abliefern. Dann suchen wir uns gleich mal einen neuen Auftrag raus. Das heißt wir werden auch in der nächsten Folge nochmal mit Scania unterwegs sein. Wenn ihr andere Modelle mal sehen wollt. Wie gesagt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt. In der nächsten Folge erstmal nochmal mit dem Scania unterwegs. So. Komm. Wir parken jetzt hier mal ein. Das machen wir jetzt auch. Wird dann heute einfach mal eine kürzere Folge. In der Kürze liegt ja bekanntlich auch mal die Würze. Ach. Verdammter Schwachsinn. Aber egal. Ähm. So. Jetzt muss ich mal gucken. Da werden wir gleich mal drehen hier. Ich hoffe wir haben da genug. Ach. Da haben wir genug Platz. Guck mal. Ne. So. Dann drehen wir das Ding einmal. Dann drehen wirAs für Schat. rey interrupt einmal. Einmal. So. Dan, 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 dann, dann, da. Dann werde ich mal gucken, ob ich gerade zurücksetzen kann. So, das sollte passen. So, mal die Warnblinker an. Dann versuche ich mal wieder einzuparken. Es ist mittlerweile, ja, läuft das recht gut. Ich bin da nämlich perfekt, ne? Es ist auch, wie gesagt, ich bin auch kein LKW-Fahrer, Leute. Deswegen, wenn ich diese Perspektive bevorzuge, ich spiele das halt so, wie mir das gefällt. So ein bisschen wie Pipi-Langstrumpf-mäßig. Aber mittlerweile mit dem Einparken, das geht schon sehr gut, ne? Das war jetzt nicht super gerade. Wir können ja mal ein kleines Stück vorfahren. Aber ich denke, das sollte reichen. Abkuppeln. Also, das läuft momentan. So, auch den Auftrag haben wir dann abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch für weitere Aufträge haben. Aufträge, aktuelle Firma. Von Biberach haben wir gar nichts. Das ist ja doof. Von der Firma haben wir nichts. Aber vielleicht der in Biberach. Frachtmarkt. Gucken wir da mal, ob wir da was haben. Jo, da haben wir auf jeden Fall von Biberach nach Westernach. Oh, da ist es einmal quer durch hier. Da wollen wir ja nicht. Ein bisschen weit die Strecke. Nach Laufen runter. Da können wir eigentlich auch mal lang fahren. Sind wir auch noch nicht lang gefahren. Das heißt, wir fangen die Strecke wieder zurück. Schweigern waren wir schon. Fürfeld waren wir auch schon. Kirchhausen. Leingarten. Das heißt, vielleicht mal hier. Weinsberg. Hatte ich das nie auch vorhin gesehen? Oder hier. Neuenstadt. Da waren wir, glaube ich, schon in der ersten Folge, ne? Hier nach Wilsbach könnten wir fahren. Was haben wir denn da? Euro-Goodies. Matressen. Ah, ja. Muss los. Was haben wir noch hier? Nach Bökingen. Hier nach Hanau ins Industriegebiet. Wäre eine kleine Fahrt. Oder nach Kirchhausen. Ja, ne. Ist mal ein schönes Gerät, was wir hier haben. Ach, guck mal. Was haben wir da in Grimme? Guck mal hier. Eine Grimme Max-Tron. Hier so ein Kartoffelernter. Ich würde sagen, wir fahren nach Wilsbach. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Wir fahren dann über Eilhofen, Weinsberg nach Wilsbach rüber. Ich würde sagen, das locke ich mal ein. Ich fahre auch schon mal dorthin, um die Fracht aufzunehmen. So, das heißt, wir müssen einmal hier weiter durchs Industriegebiet. Da müssen wir uns einmal hier raus. Und dann fahren wir weiter rein ins Industriegebiet. So. Dann, 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 dann. Die Stadt haben wir ja vorhin schon gesehen. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen durchs Industriegebiet hier einmal durch. Das sieht auf jeden Fall auch recht cool aus. Fahren wir mal zu unserem nächsten Auftrag. Ich würde auch mal interessieren, ob es auch wirklich so ein riesen Industriegebiet gibt hier. Ich denke mal schon. Sonst hätte man es ja nicht hingebaut. Oder eigentlich nur das... Guck mal, ist ein Hotel. Oh. Hier können wir Angestellte einstellen. Oha. Und wenn ihr auch mal ein schickes Repaint hier aus der Region habt, ne? Und auch selbst Repaints basteln, Leute. Dann... Lasst mir das zukommen, ne? So. Da würde ich mich auch freuen. Da würde ich mich mal in heimischen Farben hier fahren, ne? Also hier mit einer Bezeichnung der... Guck mal hier. Schöne Yacht. Hier aus dem... Aus Heilbronn. Das wäre, denke ich, auch ganz nice. Ich finde den LKW so nice. Von der Farbe her, ne? So eine Art Flip-Flop-Perleffekt. So, wo müssen wir denn hin jetzt hier? Was ist denn das für ein Auftrag? Mist, das habe ich schon wieder vergessen. War das Noorfood? Ich glaube, das war Noorfood, ne? Ja. Noorfood. Da müssen wir jetzt rein. In Ibeco kommt da. So, ich glaube, das war 50% Rabatt. Auf alles, außer Tiernahrung. Jetzt gucken wir mal, ob wir die passende Fahrt hier haben. Ja, nach Wilsbach. Guck mal, den Trailer kann ich hier anpassen. Super. Ach, guck mal, wir können hier sogar Noorfood auswählen. So, dann machen wir das passende Design mal hier. Ich hoffe, da sind diesmal Äpfel drin. So, Auftrag. Ne, Schweinefleisch. Ist egal, komm. Noorfood. Alles gut. So, was steht denn der Trailer jetzt hier? Muss ich immer mal ein bisschen suchen, ne? Ich glaube, der steht hier vorne links. Jetzt fahren wir mal da rein. Ich glaube, der müsste da stehen. Ach, da ist er schon. Ach, guck mal, da steht er direkt schon vor der Laderampe. So ein Kühl-Trailer. So. So, für alle die, die mal sagen, ich kann das nicht. Ich kann das nur anders. Ich kann das auch so. Das ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, aber das kann ich auch. So, guck mal den Kram mal an hier. So. So. Und dann fahre ich mal ein Stück vor. Mach den Hobel einmal aus, Leute. Und in der nächsten Folge fahren wir dann nach, äh, Wils, äh, wohin? Nach Wilsbach. Genau. Nach Wilsbach von Biberach. Ähm, war einfach mal ein bisschen eine kleinere Folge hier. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch dennoch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa.